Hola, soy Vanessa y esta es mi amiga Doña Regina. Hallo, ich bin Vanessa und das ist meine Freundin Doña Regina. Wir wollen euch helfen, weiter Spanisch zu lernen. Queremos ayudaros a aprender Español. Hoy vamos aprender lo siguiente. Heute werden wir euch folgendes beibringen. La preposición de y la preposición en. Also auf Deutsch wäre die von und en in, auf, um. Das heißt, die prepositionen kann man leider nicht so wortwörtlich übersetzen. Las preposiciones, desgraciadamente, no se pueden traducir. Heute werden wir la preposición de lernen. Also die preposición von, könnte man sagen. Vorwissen Wie ihr weißt, die prepositionen ordnen einen Gegenstand in Bezug auf etwas anderes an. Es decir, las preposiciones colocan o sitúan un objeto en relación a otra cosa. La preposición de permite expresar origen, das heißt Ausgangspunkt o. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause.